kaufen sie jetzt denn das als wackelfigur wenn sie den sie ihm berühmt er das geräusch let's bekloppen button machen sie jetzt ihre eigene töne es kommt wieder oder dann passt das dann ist steht man nicht zu nah das kommt immer dass es keiner mitbekommen klar weiß die zuschauer und dem kaum jemand das kommt wir sind ungefähr zu klein und zu wenig abonnenten die tatsache das war zu riskant ich wollte doch nicht so nah ran aber dass er nicht da wieder drauf geht wasser strudel in der wasserflasche jetzt erhältlich von mir geschüttelt und die ganze kohlensäure aus dem dd wie willst du den heiraten ich doch in den haus und weg ist es wo dir und tot bist du ja das überzeugt von intelligenz eindeutig das überzeugt von intelligenz sagte ich ja hallo münzen wie viel haben wir denn mittlerweile 36 ich hab das fast nicht gesehen so direkt ich habe mich darauf geachtet tut mir leid warum machst du das faszinier gerade aus ich mag dass du gleich wieder stirbst schade hätte fast schon wieder klappen können nein hätte nicht nein hätte nicht nein hätte nicht nein hätte nicht ist deine schuld die hätte jetzt noch die biene treffen müssen meinst du? das wäre schön gewesen nein tot stirb geh unter nein sieben leben nur noch oh oh anders hab ich dir das letzte mal gespeichert bei der omi ja ok schwert hatte ich den vorher nicht mit eingesammelt warum ich so was denn hab ich nicht vorher mit eingesammelt den donkey klar sonst hätte ich ihn ja überlebt weiß ich nicht oder du bist einfach nur gehindert gewesen das kann natürlich auch sein wie so gleich wieder wenn du abstürzt nö doch ja gut ich stürze und mein leben verlierst ne ich hol's mir erst bevor ich töte töte pferde kannst du bitte runter kommen ich möchte safety first hier machen ich muss springen ich muss springen äh äh eh farmer ja stürmt vorher stürmt einfach kein timing hat schon die Ich hab aber nur random ausprobiert, ob's klappt Ob's klappt Ja Guck mal, da hat er wieder ganz viele Bananen Ich bekomm nur Bananen Bodieslam Ja Ja Krieg ich du saven Mach's doch Mach ein bisschen unten Was gibt's safe? Mh Oh mein Gott Lalalalalala Oh jetzt geschafft Lalalala Lalalala Drück manchmal auch einfach nur So rein Mit dem Holbstumpf Hol Ich hab keinen Bock mehr Ja Ich kann den Laden Ich kann nachdem ich abgestülpt bin ja Laden Außer ich schaff's jetzt Kletterschleim Boah nicht schon irgend... Ach komm Ja 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 Ich glaub das was da steckt gleich ne Ja solche Verordnungen hab ich auch Sorry ja Oh und da dieser Kreppi da unten drin hat Vor allem solche Warnung du hast das auch gespielt Letztens Ich weiß Kannst du mir nicht einfach mal so genügen dass es einfach mal glaubwürdig rüberkommt dass ich das nicht gespielt habe Die wissen das doch schon Haben wir doch... haben wir doch schon im ersten Pfadler oder so gesagt Ach komm Hop Und dann hab ich ihn halt nicht Are you safe? Bring nochmal ins Oster rein Ne Der ist schnell der Typ Das Schnappi Schnappi würd ich mal beißen Scheiße Jajaja Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Steigte... also mit einem Schlag steigt das was einfach Ja Huiiii Huiiii Alles ja Okay Ja Geh weg Das war echt gut weißt du ne Ja Ja Weil das was immer mehr steigt Das ist deswegen Scheiße Aha Jep Ach komm Der ist so schnell ne Ja Schnell ich schnell Ich Soll ich laden dann hast du wieder ein Leben mehr Nein Nein Okay Ja noch nicht Und nachher bin ich weiter und dann spielst du noch mit einem Leben Ach Passiert schon nicht ja ich würde sagen ich glaube da warst du tot auch schon wieder 18 minuten mensch gehen das so ist nicht ich werfe zufällig damit alter was kannst du da bitte jetzt dran springen du schaffst das doch eh wieder nicht muss wieder lang da scheint oder auch nicht was mit euch denn was hat mit ab was kommen deren ernst nur weil die so ein ticken davor war scheiß level ja ich sag ganz so nicht dtt 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 die ganze konzentration flöten warum von zweiten. konzentration flütten gegen jetzt kann sie bitte dadran gehen Wollt sterben Wollt schon sagen, war das nicht die falsche Richtung? Ja, das denke ich auch immer Weil hier war ich ja gar nicht Bin ich gar nicht vorbeigegangen Ja Komm, Sabine, zum Töte ihn in der Boom Kommt schnell Alter, dass man so warten muss Da werde ich auch wieder das Problem haben Der würde mich hier wieder trollen Ein Wunder, dass er nicht rausspringt Alter Ah, der Bananenfurzi Hilf Oh, komm Zwei Gegner, und zwar schwere Ja Was soll man da machen?